Akt 1, Kapitel 3, So geht Krieg. Ich bin mal gespannt, wie Krieg geht. Chorsiedlung 2. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden all uns, jetzt nicht. Alter, was bist denn du für ein Großmaul? Mr. T für Arme, oder was? Alter, was ein Vieh. Hätte er mal die Tür nicht aufgemacht. Hm. Auch hier, los, los! Chors, los! Befehl deinen Arsch! Autschi! Und ich bin noch ein Hubschrauber. Wir haben den Denker. Komm, hier rüber! Das ist so. Jadie, ich seh' dir! Kann mich nicht bewegen! Michael, wir sind festgenagelt! Überweg! Hier unten sind Werfen! Shit, hier unten sind auch welche! Halte diese Birnen! Scheiß der Scham! Ich hasse diese Viecher! Alter! Komm ich hier auch noch mal raus, oder? Autsch! Ja, Jack hebt richtig rum. Nein, nein, nicht nachladen! Alter! Alter Schwede! Okay, so geht Krieg! Heiliger Bim Bam! Birt, unser Raven ist abgestürzt! Stellst du uns so kaum einen durch? Ach, geht leider nicht! Sein Funkgerät ist aus! Ist er okay? Ich seh' ihn beim zentralen Amp! Er wehrt sich... Klinkt irgendwo was? Ja! Sammlerstück gefunden! The New Ethereum Ausgabe zum 2. Jubiläum! Das lese ich jetzt nicht alles vor! Geht um die Ministerpräsidentin! Hier liegt auch noch was! Oh! Das ist wieder so ein Ding für einen Jack! Komponente, genau! Yay! Kann ich hier durch? Ah ja, mit X! Das Zentrum ist weiter, als ich gehofft hatte. Dann sollten wir lieber los, der Entler! Okay, hier lang! Äh, LT und dann Y! Ja, geht noch nicht! Muss noch mal erst fertig laden! Haben wir sie? Nö, noch einer! Vollstrecker! Warte mal, gegen was könnten wir mal die... Wieso hab ich denn die Knäscher wieder? So viel witziger! Hammerburst! Die will ich wieder haben! Die war nämlich cool! Aber warte mal, die... Die wurden mir gerade... Ich nehm mal Munition mit... Äh, die Vollstrecke angezeigt! Ich probier die mal aus! So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier hoch, oder was? Die anderen sind schon vorgelatscht! So, und jetzt auch ohne Ruckeln! Hier gibt's wieder was zu lesen! Sammlerstück gefunden! Äh, äh... 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 Das ist die Wahrheit! Äh... Es gibt eine Widerstandsgruppe in der Gründerkommunity! Äh... Scheint Lissis zu sein, so schnell wie der ist! Sie ist unsere beste Fahrerin! Das Problem dabei ist, sie weiß es! Äh... Gut... Dann... Hier durch! Alle zurückkneiden! Sie kommen! Feuer einstellen, Private! Wir sind Gears! Mist! Tut mir leid, Lieutenant! Ist nicht schlimm! Was machst du hier? Wir haben unsere Dibis verloren und uns hier mit Zivilisten verschaffen! Lissi! Delta braucht eine... Es kommt mit Zivilisten! Entschuldigung! Warte kurz, ich muss mal kurz hier liegen... Okay, hier hat irgendwas geblinkt! Danke dafür, Lieutenant! Was ist das hier? Oh! Nicey! Wieso kann ich denn nicht rennen hier? Doch jetzt! Jaja, alles gut! Was sieht's denn hier aus? Äh, Jack, du hängst mir vor der Kamera! Kommt ihr uns abzuholen? Nein! Der Konvoi ist auf dem Weg! Alter, hier hagelt's ja von Komponenten! Sehr schön! Prima! Das find ich gut! Komponenten kann man nicht genug haben! Orgasmus Kohl? Der zum Henker ist Orgasmus Kohl! Auf geht's, Delta! Was gibt's denn hier noch alles? Lenzer, 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 Lenzer! Gut! Was haben wir hier noch? Ich... Tut mir leid, ich muss alles ablaufen! Das... Äh, hier gibt's so viele feine Sachen! Jetzt haben wir das Stück gefunden! Wieder eins! Sehr schön! Willkommenspaket von Siedlung 2, verehrte Bürger! Bürgerinnen, im Namen der Koalition ist es mir ein besonders Vergnügen, Sie hier in der historischen Siedlung 2 willkommen heißen zu dürfen! Ich möchte Ihnen versichern, dass Ihr Leben innerhalb von dieser Mauern sowohl sicher als auch erfüllend sein wird! Siedlung 2 zählt zu den ersten neuen Chorgemeinschaften, die außerhalb der schützenden Mauern von Newell Führer errichtet wurden! Sie ist ein Beweis für die unterschiedliche Hartnäckigkeiten beeindruckende Stärke der Menschen! Mit diesem Teil unserer Geschichte sind Sie und Ihre Familie nun untrennbar verbunden! Ihr wagemutiger Pioniergeist wird der Koalition helfen, Wohlstand für alle zu schaffen! Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf Ihren zukünftigen Abenteuern! Hochachtungsvoll! Mina Jin, Ministerpräsident, es war die Olle von eben! Äh, also beziehungsweise... Aus der letzten Folge war das, glaube ich, oder? Ich glaube, ich erinnere mich da so ein bisschen an meinen Schnitt! So, hier geht's durch! Oh, warte mal, da war eine Scheiße! Da komme ich jetzt hier nochmal hoch! Da oben lag eine Waffe, die habe ich nicht gesehen! Ey, wir ballerten da auf mich! Ja, ich... Bösch, der helft im fettgefahrenen Konvoi! Brauchen gleich Verstärkung! Roger Delta, ich leite den Konvo in eure Richtung um! Phoenix, zum letzten Mal! Ich bin hier der Ranghöchste-Offizier! Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe! Ja, Sir, ich... ich werde das regeln! Ich bin hier der Ranghöchste-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier-Offizier Oh, ist das so? Unterwegs. Ja. Warte. Beide ich da. Mach dich. Beschützer, sicher diese Straße. Hier ist unsere Pflichtschule, Lieutenant. Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben. Na komm, Köpfchen hoch. Du Kackpenner. Zack, Blitz benutzen. Nein, das war falsch. Der war gerade tot. Na ja, super. Scheiße. Scheiße, ein Schein. Okay, da kommt die Rennung Nummer 1. Jawohl. Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Hier außen, hier außen. Autsch. Alter, der frisst Muni ohne Hände. Aua. Schaut immer noch auf, ey. Gleich brauchen wir nicht mehr. Hauptsache, der hat nochmal auf mich geballert. Der Sack. Na komm schon. Der Jack macht ganz schön, äh, Action, hier. Da ist ein Springer. Da geht der Jacker. Und achtet auf die Stacheln. Jack, wir wollen uns nicht mehr. Aufzügen Sie sich. Goal, keine Muni mehr. Wo willst du? Geh weg. Schieß auf den Bau. Holla, die Waldpfee. Okay, recht herzlichen Dank. Was will die denn jetzt? Okay, das war krass. Muss erstmal ein bisschen Muni einstecken. Ein bisschen Muni einsammeln. Oh, da ist eine große Kiste. Jaja, jetzt mach doch mal lang. Jetzt mach doch mal langsam. Ohne Muni geht hier gar nichts. Was ist denn das? Treeshot. Alter, das ist ein fettes Aperillo-Ding. Nee, aber das ist zu krass, oder? Oder? Nee, ist zu krass. Was haben wir hier noch? Was ist denn das hier? Nehmen wir das Ding hin. Ja, das sieht doch ganz gut. Was ist das hier? Buskill. Okay. So, wo müssen wir hin? Wenn wir nicht mehr. Eine Minimap wäre toll. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Äh, Jungs. Wo geht's denn lang? Hier. Na los, hier durch. Mal gucken, was das Ding so drauf hat. In recognition of those who suffered. We're a budget. Abgeschlachtet. Alter, was bist du für ein Penner? Was ist denn das für ein Idiot? Unschuldig. Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig. Gut zu wissen. Alle beide. Hört auf damit. Das geht voll spart, nicht? War ohne ihn schöner, oder? Aber wenigstens ruckelt es jetzt nicht mehr. Offenbar. Okay, der lebt wahrscheinlich nicht lange. Hoffentlich. Ich auch. Du bist aber ordentlich. Machst das Tor wieder zu. Okay. So, was ist denn jetzt hier eigentlich? Ich wollte gerade sagen, du hast doch die ganze Zeit nette Wummel. Unterstützen Sie die Kamerung in einem Siedlungszentrum. Ja? Hat sie? Hat sie? Hat er? Alter, ich schwitze wie ein Ochse hier. Ich trage das Ding die ganze Zeit durch die Gegend. Verdammt, der Schwarm greift doch unsere Kondors an. Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmick abgestürzt. Jeder Kondor, den wir verlieren, bedeutet weniger verstärken. Lucht, Helms, sich die Häusel. Was ist denn da? What the heck war das denn gerade? Ist das Ding leer oder was? Was haben wir hier? Overkill. Können wir die mal benutzen? Einfach mal testen. Alter, geile Gitarre. Das war die letzte. Delta kam eins, Funk geht wieder. Ich stell ihn durch. Nett. Phoenix, ich hab nur noch einen Satz, Debis. Wo zum Teufel bist du? Ja, warte, 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 warte kurz, warte kurz. Wir sind aber sowas von fast. Ich will hier nur mal kurz, äh... Nur mal kurz eben. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Was ist denn das hier? Seren Colossus. Kapitel 3, monströse Bosheit. Wieder ein Sammlerstück gefunden. Ich lese das jetzt nicht vor. Wir wollen ja hier Action haben. Hat hier gerade noch was geblinkt? Nee. Untertitelung des ZDF, 2020